Ja, wo ist denn da? Cleo, passiert ja nichts. Cleo, komm her, Schatzi. Ja, wo ist die Mia? Hallo, Mia. Hallo. Wo warst du? Schon wieder in der Höhle? Schon wieder in der Höhle? Na, nimmt sich eine Puppe raus? Na, freilich. Ja, freilich. Der Milo schläft oben. Ja, wo seid ihr denn ihr? Ja, wo seid ihr denn ihr? Schau, da soll die Bande. Ja, wo kontrollierst du denn du? Ha? Tinderle, ja, wo ist denn? Ja, wo denn, mein Mausi? Ja, wo denn, mein Mausi? Ja, wo ist denn, mein Spurzene? Na, freilich. Ja, freilich. Du hast einen Ball gestohlen? Du hast einen Ball gestohlen? Ha? Ja, wo ist denn, mein Midi? Das gefällt dir, das Bett? Zuerst war es da in der Höhle auch drinnen. Das ist ein Höhlenmädchen. Ein Höhlenmädchen. Ein Höhlenmädchen. Ja. Super Puppe. Ja, so schönes Puppe. Was? Gib mir ein Ball. Gib mir. Super. Bravo. Bravo. Du suchst ja auch eine Puppe aus. Hm? Kinder. So, kann die Mama? Ja. Und dann haben wir es geschafft, dass wir aufraschen. Aber das, da wird es ja ebenfalls. So. Die Mia geht auf und auf. Ist ja nicht schreckend. Eieiei. Komm's rauf. Die Mia kommt mit wieder oder bleibt die Mia da? Mia. Hm? Mia, Mausi. Hm? Du kannst ja mitkommen. Ja. Ja.